Bars beiseite! Hallo, ich bin DonF204 und naja, wahrscheinlich würdet ihr das Video sonst nicht sehen. Eigentlich habe ich das Video nicht machen wollen, ich habe mich lange gesträubt. Und sehr lange sogar. Und ich dachte auch, dass ich sowieso nichts ändern kann, aber dachte dann an die Worte von Greta Thunberg No one is too small to make a difference. Niemand ist zu klein, um einen Unterschied zu machen. Und ja, ich bin vielleicht wirklich nicht groß genug. Mein YouTube-Kanal, wie viele Zuschauer wird das Video haben, wie viel werde ich erreichen? Keine Ahnung. 10, 20, 30, ich weiß es nicht. Spielt auch gar keine Rolle. Ich versuche, meinen Part bei dieser Geschichte zu erfüllen. Und ich hoffe, dass ihr das auch versucht. Ich komme aus Brandenburg. Ich wohne dort nicht mehr, aber ich komme von dort. Und habe da sehr lange gelebt und wurde dort geboren. Und ja, und Brandenburg, dort sind morgen am 1. September Landtagswahlen. Und darum geht es mir. Ich würde euch bitten, die AfD nicht zu wählen. Und wenn ihr Brandenburger kennt, diese darum zu bitten, die AfD nicht zu wählen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich kann leider nicht in Brandenburg wählen, weil ich dort nicht mehr wohnhaft bin. Aber Brandenburg ist ein sehr, 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 sehr schönes Fleckchen Erde. Sehr schönes Fleckchen Erde. Und ich würde, also ich wäre sehr traurig, meine ich, wenn die AfD dort stärkste Kraft wird. Und deswegen mache ich dieses Video. Genau. Ich habe hier mal etwas rausgesucht. Aus meiner Heimatstadt Spremberg. Eine Dokumentation. Die Glatzen von Spremberg von 1992 der ARD-ORB-Reportage. Wem gehört die Stadt? In Spremberg gewinnen Neonazis immer mehr Raum. Von 2012 wahrscheinlich oder vielleicht auch eher. Auf jeden Fall 2012 hochgeladen auf YouTube. Und AfD-Erfolg in der Lausitz, wo es um Kohle geht. Hochgeladen 2019 im brandenburgischen Spremberg. hat fast jeder Dritte die AfD gewählt. Die Menschen sind frustriert von der Politik der etablierten Parteien. Der Strukturwandel sorgt für Ängste. Aha. Der Strukturwandel. 1992 bis 2019. What? Welcher Strukturwandel? Ich weiß, es geht in dem Video hier um Kohlestrom. In Spremberg gibt es ein Kohlekraftwerk. Und davon hängt natürlich auch viel ab. Das ist ja logisch. Da hängt ein ganzer Wirtschaftszweig dran. Und viele, viele, viele Arbeitsplätze. Und viele Menschen haben Angst, diese zu verlieren. Und die AfD leugnet den Klimawandel. Und dementsprechend... Oder den menschengemachten Klimawandel. Und dementsprechend werden sie natürlich das Atomkraftwerk erhalten. Und versprechen dies natürlich auch, während die anderen Parteien, die, wie wurde es hier genannt, etablierten Parteien, natürlich den Kohleausstieg wollen, früher oder später. Ähm, die Grünen vielleicht ein bisschen früher. Und die CDU und SPD vielleicht ein bisschen später. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. An Parteien, die es zur Auswahl gibt, neben der AfD. Also, liebe Brandenburger, ihr könnt auch andere Parteien wählen. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt mit der CDU verbunden bin. Und SPD und Grüne, ja, alles nicht so das Gelbe vom Ei. Aber alles ist besser als die AfD, Leute. Komm, das kann doch nicht so schwierig sein. Okay. Wie gesagt, worauf will ich hinaus? Erstens, wählt bitte nicht die AfD. Das ist erstmal Grundvoraussetzung. Also, ihr könnt jetzt schon das Video ausmachen. Ähm, wählt bitte nicht die AfD. Ich werde die drei Videos auf jeden Fall in der Videobeschreibung packen. Aber ihr könnt ja mal kurz reingucken, wenn ihr das möchtet. Ähm, genau. 1992, wie gesagt. Wunderschöne Doku. Ähm, da sah die Stadt noch ein bisschen anders aus. Ähm, und die Videoqualität war auch ein bisschen anders. Sitzen auf gepackten Kisten und Koffern. Sylvia Niemann und Eddie Balzen. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Nur weg aus Spremberg. Mich zieht ja nichts mehr her. Nichts. Nichts. Absolut nichts mehr. Sie kommen in Gruppen und direkt aus dem Aufnahmelager Eisenhüttenstadt. Flüchtlinge und Asylbewerber, vor allem aus Rumänien und Bulgarien. Ihr einziger Wunsch, eine neue Zukunft in Deutschland. Hier ist die Adresse, die Bahnhofstraße in Spremberg. Ich komme aus Rumänien und will weg von Not und Elend, sagt sie. Er will hierbleiben. Ich hoffe, Sven Grimm gehört zu Kameradschaft Spremberg, die rund 20 Mann bestimmt das Klima der Stadt. Er will handeln. Vieles, was wir vertreten, müssen wir natürlich auch mit Gewalt durchsetzen, weil es anders gar nicht geht, weil die Politiker manchmal an manchen verschiedenen Sachen gar nicht aufwachen, wie zum Beispiel das Ausländerproblem hier in Deutschland. Genau, das Ausländerproblem. Kann man nur mit Gewalt lösen. Das ist logisch. Nein, ist es nicht. Die Glatzen von Spremberg. Wunderschöne Doku. Wir werden sie natürlich nicht komplett angucken, die ist 28 Minuten lang. Aber ich glaube, ihr bekommt einen Eindruck von Spremberg. 1992 wohlgemerkt. Oh, was ist denn das? Hm, was könnte das sein? Schwarze Pumpe bei Spremberg, August 91. Die Reste des städtischen Asylbewerberheims. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Es ist die erste Unterkunft, die in Ostdeutschland vollständig niederbrennt. Was? In Spremberg werden Asylheime niedergebrannt. Verstehe ich nicht. Was hat das mit der Kohle zu tun? Hm. Merkwürdig. Ich versuche mal das nächste Video. Vielleicht wird dann einiges klarer. Ja. Neonazis nehmen in manchen Gemeinden Brandenburgs immer mehr Raum ein und sorgen für Angst. Der Fall Spremberg hat es gezeigt. Hier gab es kürzlich sogar Übergriffe von Rechtsradikalen auf eine Lokalzeitung. Wie? Übergriffe auf eine Lokalzeitung von Rechtsradikalen? Verstehe ich nicht. Ich komme noch nicht so ganz auf die Kohle. Hm. Wartet. Könnte es sein, dass Spremberg einfach nur voller Nazis ist? Ist da vielleicht nicht nur die Braunkohle braun? Hm. Merkwürdig. Finden wir es raus. Im Ort herrscht Verunsicherung. Wir wollten rauskriegen, wie es eigentlich kommt, dass sich in Spremberg Neonazis so breit machen können. Was ist der Nährboden, haben wir uns gefragt und uns zunächst mal die Propagandamethoden der Neonazis näher angeschaut. Hm. Fackeln, Masken. Vermummte marschieren nachts durch die Stadt, wollen Angst und Schrecken verbreiten. Ja. So geschieht es immer wieder, zuletzt auch in Stolpen und Bautzen. Typisch. Das sind Antikohledemonstrationen, also nicht Antikohledemonstrationen, sondern Demonstrationen für das Kohlekraftwerk. Ich erkenne es. Okay, gut. Nein, erkenne ich nicht. Also zurück zur, wo es um die Kohle geht. Ich weiß auch nicht, warum immer alles hier in den Osten geschoben werden muss. Dass wir hier die bösen Rechten sind. Bloß weil wir mal eine andere Meinung haben. Genau. Die Menschen wachen langsam auf. Wenn wir die eine andere Meinung haben. Leute. Hallo. Die verbrennen doch nur Asylheime nieder. Das ist doch nur eine andere Meinung. Hallo Leute. Also wirklich. Wir erkennen die Fehler der etablierten Parteien und versuchen jetzt eben was zu ändern. Genau. Das ist ziemlich traurig, finde ich. Mich macht das auch traurig. Aber ja, nichts zu ändern. Mich macht das auch traurig, Leute. Das ist ein Kreis in Brandenburg. Hier ungefähr liegt Spremberg. Also wirklich am Arsch der Welt, da wohne ich nicht mehr. Aber es ist eine sehr schöne Stadt. Mir gefällt die Stadt hier wirklich. Das sieht so schön aus hier alles. Ich finde das so toll. Hat zwar auch seine hässlichen Ecken und seine schöneren Ecken als diese jetzt hier. 31 Prozent AfD-Villa. Respekt, Spremberg. Respekt. Viele Spremberger zeigen sich mit dem Ergebnis zufrieden. Ich denke, dass sich damit hoffentlich etwas ändern wird. Ich habe um Gottes Willen nichts gegen Ausländer, die hier arbeiten. Nein, sie hat nichts gegen Ausländer, die hier arbeiten. Quatsch. Das ist doch logisch. Aber alle kommen hier rein, alle dürfen hier rein. Logisch. Alle kommen hier rein und alle dürfen hier rein. Man müsste eigentlich schon an der Grenze die Flüchtlinge kontrollieren, ob sie hier arbeiten werden oder nicht. Das ist doch logisch. Es sind Frauen hier rein und Kinder und weiß ich nicht. Oh nee. Frauen und Kinder. Das gibt es nicht. Die holen Frauen und Kinder hier rein. Die sollten nur starke, arbeitende Flüchtlingsmänner holen. Diese Frau hat mich aufgeklärt. Alles klar. Gut, wie ihr seht, habt ihr einen kleinen Einblick in Spremberg bekommen. Ich verrate euch jetzt mal was. Das Ganze hat natürlich, wie ihr schon mitbekommen habt, weder was mit Kohle, noch mit Flüchtlingskrise, noch mit irgendwas anderem zu tun. Spremberg ist einfach ein Nazi-versiffter Haufen Scheiße. Und wenn ihr nicht in die Geschichtsbücher als Nazi-versiffter Haufen Scheiße eingehen wollt, wählt nicht die AfD. Das ist eigentlich nicht so schwer. Wie gesagt, es gibt Alternativen für die Alternative. Ob die dann besser sind, sei mal dahingestellt. Aber ich sag's mal so. Ich persönlich finde jede Partei, na gut, vielleicht nicht jede, aber so ziemlich jede Partei, besser. Vor allem von den etablierten Parteien. Jede besser als die AfD. Es tut mir wirklich leid. Aber nein, Spremberg. Ich hab kein Mitleid mit euch. Ich habe es selbst erlebt. Ich komme von dort. Ich wurde dort geboren. Ich bin dort sehr, sehr viele Jahre aufgewachsen und habe noch darüber hinaus dort gelebt. Ich habe Dinge gesehen, die wären hier, wo ich lebe, wahrscheinlich kaum denkbar. Dort wurden Leute einfach mit Hitlergruß begrüßt. Einfach so auf offener Straße und es hat keinen interessiert. Oder Klassenkameraden habe ich erlebt, wie sie den Lehrer, beziehungsweise, das war glaube ich eine Lehrerin, mit Hitlergruß begrüßt hat. Also der Schüler hat die Lehrerin mit Hitlergruß begrüßt, aber keine Konsequenzen, kein bisschen. Ja, es ist einfach Normalität. Mehr oder weniger. Also ganz normal ist es nicht. Um Gottes Willen. Ich will das jetzt auch nicht übertreiben, aber es hat niemand was getan. Niemand ist zu den Nazis hingegangen und hat gesagt, hey du, was du da machst, ist ziemlich blöde. Auch ich nicht. Und das war auch blöde von mir. Das ist halt einfach so. Und ich denke, das ist der Nährboden für die Nazis. Wenn niemand kommt und sagt, dass sie blöd sind. Sorry, aber ja, das ist der Nährboden. Wenn keiner dagegen ist, gegen die Nazis. Sie fühlen sich dadurch bestätigt im Grunde. Und vor allem ist Sprengberg wirklich nur bekannt für die Nazis mehr oder weniger und fürs Kraftwerk. Ich glaube, für was anderes kennt man den Ort nicht. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich gar nicht. Aber jetzt kennt ihr den Ort. Wie gesagt, ich wohne dort nicht mehr. Aber ich habe auch nicht vor, wenn ich das nächste Mal dahin fahre, dass ich überall AfD-Flaggen aus den Fenstern sehe. Und Leute über die Straße marschieren sehe in Uniform. Das ist natürlich nur ein Spaß von mir jetzt. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Sicherlich wird morgen nicht die AfD so viele Prozente bekommen, dass sie regieren kann. Aber ich möchte auch nicht, dass das in 20 Jahren so ist. Und wir müssen irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Sprengberg ist definitiv schon seit 92 und das Flüchtlingsheim hier wurde 91 niedergebrannt. Also sagen wir mal seit ca. 20 Jahren schon dafür bekannt, braunversiffte Scheiße zu sein. Und ich möchte nicht, dass wir die nächsten 20 Jahre, also was heißt wir, ich wohne dort nicht mehr. Aber irgendwie ist Sprengberg ein Teil von mir. Ich glaube, ihr versteht mich. Und ich möchte einfach nicht, dass dieser Teil von mir als braunversiffte Scheiße bekannt ist. Das ist einfach dann kein Teil für mich. Das ist einfach für mich... Weiß ich nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Ich hoffe, ich konnte grob rüberbringen, was ich sagen wollte. Bitte wählt nicht die AfD. Ich weiß, ich habe niemanden damit überzeugt. Logisch nicht. Aber wenn ihr nicht als Nazi-Hochburg gesehen werden wollt, dann wählt nicht die AfD. Es wird nur schlimmer. Es wird dadurch nicht besser. Und das müsst ihr verstehen. Die Nazis fühlen sich dadurch bestätigt. Und es wird immer mehr und mehr. Zumal die Leute, die ein bisschen vernünftig im Kopf sind, wahrscheinlich auch größtenteils alle wegziehen. Und irgendwann nur noch die Nazis übrig bleiben. Wenn das so weitergeht. Und das kann es doch nicht sein. Sprengberg ist wirklich ein schöner Ort. Ich kann euch das mal raussuchen, vielleicht ein paar Bilder. Aber ich glaube, das werde ich jetzt auf die Schnelle nicht finden. Ein paar schöne Bilders. Hier sieht man jetzt eine Luftaufnahme. Übrigens ist die Spree auch braun. Also die Braunkohle ist braun. Die Spree ist braun. Und die Denkweise ist braun. Naja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Hier, ich weiß, ihr habt den Fluss jetzt nicht ganz erkannt. Ihr habt jetzt gedacht, das ist was, wisst ich. Aber hier geht wirklich ein brauner Fluss lang, quer durch die Stadt. Also, hm. Ja. Es ist jetzt nur ein Bruchteil der Stadt. Aber schön grün, die Stadt. Gefällt mir sehr. Nicht mehr ganz so grün wie 92. Da war die Stadt noch ein bisschen grüner. Da. Ah, so. Nein, komm. Noch ein Stück zurück. So, hier, da sieht es noch ein bisschen grüner aus. Aber trotzdem immer noch schön grün. Sehr schöne Stadt. Und sehr, sehr schöner Ort auf jeden Fall. Und auch schöne Gebäude. Jetzt mehr oder weniger. Post. Oder, was haben wir noch so alles Schönes? Hier das Rathaus sieht auch recht schön aus. Ja. Das geht dann hier so weiter. Das sieht man jetzt nicht. Aber das sieht alles relativ cool aus. Oder unser kleines Schlösschen. Und so. Also, es sieht schon relativ cool aus eigentlich die Stadt. Wenn man dort ist, kann man das vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Ähm. Naja. Ich weiß, ich habe damit wahrscheinlich niemanden überzeugt. Und im Grunde hat das Video keinen Zweck. Aber ich möchte einfach euch auch dazu anregen, auch irgendwo ein Part beizutragen, dass Brandenburg und Sachsen in den Landtagswahlen vielleicht weniger Prozente bei den AfD lassen. Bei der AfD lassen. Und vielleicht auch die Gesinnung nicht ganz so braun ist. Homöos kann ja das Wasser braun und trübe bleiben. Aber die Gesinnung in den Köpfen der Menschen muss sich ändern. Und wie gesagt, die ist nicht erst seit gestern so. Ich hoffe, ich konnte grob rüberbringen, was ich sagen wollte. Aber ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen. Ihr seid ja meine lieben Zuschauer. Aber wie gesagt, die Videos werde ich in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr die sehen möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß in Zukunft. Und denkt immer an Greta Thunbergs Zitat. No one is too small to make a difference. Tut euren Part und ja, tragt eurem Part bei im Kampf gegen die AfD und gegen rechts. Beziehungsweise gegen rechtsextrem. Und was anderes ist die AfD nicht. Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg ist nachweislich rechtsextrem. Also wer rechtsextreme wählen möchte, kann das ja tun. Kein Problem. Aber ihr müsst euch nicht wundern, wenn ich Spremberg weiterhin als braunversiffte Scheiße bezeichnen werde. Schöne Stadt, schlechte Gesinnung. So viel dazu. Tschüssi.